Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Wand-Vlog. Ja, ihr seht ja wieder meine wunderschöne Wand und Hand. Ja, wer mir auf Twitter folgt, der sollte es mittlerweile schon mitbekommen haben, dass mein PC kaputt gegangen ist. Also, er geht eigentlich noch, aber der Akku-Date nicht mehr ist jetzt bei 20%. Fängt nicht so gut. Ich habe das Ding mal eingeschickt. Ja, das bedeutet, der Livestream, den ich da jetzt am Samstag machen wollte, der, ja, könnte ich das aber einfach nicht machen. Ich wollte mit einem Freund, äh, was, 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 ja. Ich bin spät abends, tut mir leid. Und so was, was michimagines warst. Spielen, live, hm, und es geht halt damit, ich muss den Livestream über den PC laufen lassen. Also wollte ich jetzt an meinen fünf freien Tagen, die jetzt an diesem Abend leider zu Ende gehen, ähm, noch genug vorproduzieren. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen Sprechfehler habe. ist schon sehr spät am Abend. Das sind alles nur Kunstpausen. Also ich wollte das alles jetzt in diesen fünf Tagen noch vorproduzieren. Ich hatte genug Zeit gehabt, aber es ging nicht. Also die alte Viershow, wir haben sie schon aufgenommen, aber die war als kompletter Rotz, weil der Ton ein bisschen scheiße ist. Da hat Teamspeak noch ein bisschen Probleme gehabt mit meinem neuen Mikrofon. Dann müsste ich ja noch schneiden, das habe ich ja noch nicht gemacht, bin ja nicht so gekommen. Es geht ja leider nicht ohne PC. Ich muss gucken, wie ich das jetzt mache. Also erstmal würde ich sagen, es können keine normalen Videos mehr kommen, sie kommen aber trotzdem alle irgendwann später. ich habe mir überlegt, ich mache vielleicht noch mal mehr so 60 Sekunden Videos mit Mario Kart oder OneTaker, die ich hier mit der Handykamera aufnehme. Das kann man dann immer noch machen. oder oder vielleicht irgendwie so andere Sachen, die ich dann über Movie Baker auf dem Rechner von einem Freund schneiden kann. So Sachen halt, so kleine Sachen, also so so Sachen halten. Was soll ich schreiben? Meine Hand sollte es flossen. So, das waren auch schon wieder drei Minuten, sind nur das klar, aber wir sehen uns dann irgendwann. Tschau.